Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Dark Cloud mit dem Bonus-Teil. Wir haben es ja fast geschafft. Wir sind auf jeden Fall mittig der 70er Ebenen. Ich weiß gar nicht, ob das so deutsch war. Egal, wir haben es auf jeden Fall fast geschafft. Mal gucken, ob wir heute auf jeden Fall Ebene 90 erreichen werden. Das ist eigentlich so mein Ziel. Wenn wir jetzt mal wirklich bei 75 oder beziehungsweise 74 sind. Oder 73. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Eben kurz mal gucken. Muss ich irgendwas noch einkaufen? Wir haben Wasser. Wir brauchen Hähnchen wieder. Wir haben ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Reparaturpulver solltet man verkaufen. Und den ganzen anderen Rest. Okay. Mal gucken wir mal. Okay. Dann gehen wir zum König. Zum Feenkönig. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen runtergedreht. Ich weiß gar nicht mehr im Let's Play, was ich da für eine Einstellung hatte. Anfang ging es. Dann war ich wieder zu leise. Und dann habe ich das noch weiter runtergedreht. Dann war ich immer noch zu leise. Weil Xiaos, Geräusche und die ganzen Waffen, Schusswaffen sind doch ein wenig lauter. Sollte im Game Sound an sich nicht nur die Waffen oder... Ja, Xiaos, ich mach dir mal... Hey, hey, hey... Also die ganze Zeit den Ruf bei jedem Schuss. Ja, und Osmans Waffe ist ja natürlich... Oh mein Gott, ey. Ein wenig zu laut. So. Naja, viel Geld ist nicht dabei rumgekommen. Okay, dann müssen wir auch mal schauen. Dann nehmen wir das Wichtigste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und dann den Rest. Hähnchen, da sind nur noch zwei. Okay. Ich könnte mir noch ein Hähnchen kaufen, wenn ich die beiden verkaufe. Ich glaube, das mache ich auch. Diese Haufe habe ich bis jetzt so gut wie gar nicht gebraucht. Fluchtpulver brauche ich eigentlich auch nicht. Gut. Ja. Dann geht es jetzt weiter. Wir machen aber jetzt die restlichen... Machen wir keine Experimente. Denn ich befürchte, auf Ebenen 80 wird es nochmal ein Stück härter. Die Monster sind ja jetzt schon... Haben jetzt schon fast 3.000 bis 5.000 Leben. Und der ein oder andere one-hitted mich schon. Und da ich wirklich keine Verstärkung... Also keine mehr Rüstung bekommen habe, da das Spiel komplett durch ist. Das ist ja nur noch der Bonus-Teil. Das heißt, ich kann nirgendwo irgendwas aufbauen, um irgendwie an die ganzen Verteidigungsdinger dran zu kommen. Wenn ihr irgendwas wisst, dann sollte ich das irgendwie schnalligst nachholen. Denn, ähm... Die Verteidigung ist natürlich... Prämier Serabel. Okay, wir sind doch bis 75 gekommen. Also bis zur Hälfte. Okay. Dann geht es bei 76 weiter. Noch 4. Dann haben wir die 80 geknackt. Und dann noch 100. Dann sind wir bei 90. Dann fehlen nur noch 9. Und dann der Endpost. Wow. So. Äh, da kommt irgendwas Klebriges. Wir haben nix ausgerüstet wegen den Dingens, ne? Ähm... Attribut Feuer. So. Rosenfluch. Sollte kein Problem sein. Ich hoffe, es ist jetzt auf jeden Fall angenehmer. Ich bitte mal. Ich glaube, ich habe es... Ah, noch Rosenfluch. Okay, das könnte Mimik sein. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen runtergestopft an der... Fingelist ein paar Meter noch. Ähm... Es tut mir leid, dass ich das nicht vorher... vorher ausschließlich einen Soundtest gemacht habe. Ich dachte, das reichte so. Weil es auf meinem Ohr war das so extrem leise. Aber dann... Osmond... Und ich habe doch wirklich leise geredet. Weiche Banane. Ah ja. Das braucht man hier unbedingt. Und noch ein Barthang. Okay. Die ersten zwei Monster waren es nicht. Oh, okay. Waffe. Attribut. Weg machen, bitte. Und einfach von hier aus schießen. Vielleicht ein bisschen näher... Ah, guck. Ich kriege wieder Seife. Von daher. Vielleicht ein bisschen näher. Ein bisschen mehr Schaden. Noch ein Ticken. Komm. Ein bisschen näher. Weil der One-hitet mich auf jeden Fall. Na komm. Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht geht es noch ein bisschen. Ja. Das ist noch 117. Er bewegt sich noch nicht. Das ist das Gute daran. Oh, Alter. Wie viel live? Hast du denn 3000? Wie ist das? Wenn man... Wenn man das alles rechnet... Jetzt hat er bestimmt 3000. 3000 oder wenn nicht sogar mehr. So. Gib um. Aber wir kommen jetzt ja doch ganz... Ganz okay durch. Offizierer. Der mich gerade angegriffen hat. Okay. Autsch. Autsch. Okay. Ich sollte den Offizier mal... Bitte... Vorher... Killen. Auf ob zu blocken. Das bringt dir doch gar nichts. Na komm. Tschüss. So. Was gibt es denn mehr? Fünf... Goldstücke. Wow. Du machst mich reich. So. Feuer. Und die Auslösungsschlüssel. Solltest du hoffentlich du haben. So. Zack. Nix da. Kein Ausgangsschlüssel. So, gucken wir mal, ob Nietzsche oder Glück. Ah, die WP der aktuellen Waffen ist gestiegen. Ah, das ist schön. 99 haben wir jetzt. Silberschlüssel. Brauchen wir den jetzt? So, dann reparieren wir mal die Waffe. Und dann gehen wir weiter. Ja, es suchen den Ausgangsschlüssel. Muss ja irgendwo auch hier sein. Na komm. Ich hätte gerne ihn. Okay. Was haben wir denn da hinten? Eine Rose. Und da ist noch eine Rose. Okay. Zack, 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 zack. Das ist kein Problem. Ich will mal kurz rüberrennen. Mach erstmal die Rose hier. Dann kann ich das Element gleich ändern. Das ist nochmal am effektivsten. Und wir können uns erstmal heilen. Oder auch nicht. Wir können einfach mal die verschwinden. Oh, tschüss. Gebrochen. Oh, die fehlt es verschwinden. Okay. Dann nehmen wir einfach die neue. Hinschensocken auch nochmal da reinpacken. So. Nächste Sock. Nächste. Nächste Ebene. Also 90 ist auf jeden Fall mein Ziel. Mal schauen, wie weit wir kommen. Also mit Xiao bin ich doch ein wenig besser dran. Als mit... Okay. Äh. Als mit Cloud. Also mit den Helden. Ich glaube, da heißt Cloud eigentlich. Ah, der hat mich doch mal getroffen. Schieß. Komm, schieß. Schieß. Na, komm, schieß. Okay. Du musst hier wirklich aufpassen. Also wenn man so viel Schaden raus tut. Na, dann... Das ist natürlich angenehmer. So. Engelsschuss ist voll. Wow. Okay. Ja, wir leveln das jetzt einfach nur noch so. Ich bräuchte natürlich mehr Angriff. Aber wir haben nichts bekommen. Was haben wir jetzt hier? Ach, wieder so ein Silberverzug. Nehmen wir die Leute, die ablocken wollen hier. Ah. Okay. Ich muss hier aufpassen. Ich weiß, ich bin im falschen Element, aber... Wir kriegen ihn noch so down. Ich muss aber trotzdem aufpassen, dass er mich nicht trifft. Okay. Kleiner Fisch kriege ich. Okay. Was zum Angeln. So. Ich sehe jetzt schon der Schlüssel drin. Nein, die Karte. So. Im Moment ist es nicht groß. Okay. Wir haben keine Heilung. Also wir gehen jetzt erstmal Richtung Ausgang. Okay. Piratenwagen. Warten. Näher ran. Und schießen. Und sich nicht treffen lassen. Okay. Wir kriegen mal Bombe. So. Ah. Komm schon. Okay. Ich habe hier kein Wasser und mache so eine Fax-Ninie oder was? So. Gib mir den Schlüssel. Dann bin ich zufrieden. Okay. Ich habe zwar eine Schlüssel bekommen, aber ich meinte den Ausgangsschlüssel. Äh. Weihwasser. Und eine große Truhe. Königsmime. Nein. Eine verschlossene Truhe. Ähm. Fallerraten. Ähm. Sprengfalle. Das ist eine Fluchfalle. Okay. Fluch ist eigentlich okay. Hup. Wollte gerade sagen. Ich habe dich doch entschärft. Oh. Platinring für unsere Dame. Die Zauberin. Mit der wir eigentlich gar nichts spielen. Dafür müsste ich erstmal die Waffen upgraden. Oh nein. Nicht du. Nicht du. Sag mir nicht. Hier sind zwei Stück. Hier sind zwei Stück. Ach. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe euch gar nicht vermisst. Okay. Ich mache erstmal ihn da. Ähm. Attribut. Heilig. Wenn du dich mal treffen lassen würdest. Das wäre mir echt lieb. So. Okay. Jetzt kann ich mich um euch beide kümmern. Ich habe ja so gerade riesen Freude daran. Wow. Am besten erstmal den, den ich gerade schon angetackert habe. So. Abwarten. Tee trinken. Auch wenn ich jetzt weniger Schaden mache. Nicht vergiften lassen. Abwarten. Am besten abwarten. Zack. Nein. Ich bin in die Ecke gerannt. In die Ecke dringend ist kacke. Von hinten spuckt er noch Feuer. Okay. Nein. Das war zu früh. Wir brauchen Timing dafür. Man merkt es. Oh. Der sprintet auf einmal. Okay. Ja. Ja. Sieht gut aus. Aber. Hat er mich getroffen? Ja. Der Dreckzack hat mich getroffen. Öh. Da kommt Feuer. Bäh. Feuer. Auf jetzt abzuwehren. Komm. Oh. Shit. So. Du hast einen Schlüssel nicht. Okay. Na. So. Windstein. Ein bisschen was klauen. Ich würde hier gerne bomben. Aber geht nicht. Diese Modelle. Die mag ich nicht wirklich. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Okay. Er ist fast down. Oh. Das war ein guter Hit. 600 Damage. 800 Damage ist immer schön, wenn ich zwei treffe. Nein. Abwarten. Ach komm schon. Ich hab doch vorhin den Rhythmus draus gehabt. Ja. Genau so. Man darf nicht zu früh und nicht zu spät. Man merkt das. Der kann sofort wieder blocken. Und du hattest nicht den Ausgangsschüssel. Ja. Dankeschön. Okay. Dem ist ein bisschen länger. Okay. Wir trinken jetzt. Gab's noch mal was. Äh. Dann reparieren. Reparieren wir mal die Waffe. Wenn ich mal bitte auf die Waffe gehen dürfte. Dankeschön. So. Reparieren. Und den nächsten. Okay. Oh mein. Ja komm. Komm mal ein bisschen raus. So. Bomber. Ja. Ich hab hier hinten ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen mehr. Schießen lassen. Und zerspringen. Komm. Schlüssel. Nein. Schade. Nehmen wir immer noch nicht. Doch. Den anderen Schlüssel haben wir schon. Okay. Nochmal Weihwasser. Könnten hier mämig sein. Hier sind ziemlich viele Drohnen. Okay. Wir gehen jetzt erstmal da. Okay. Jetzt sind doch mämig dran. Okay. hoffentlich. Oh. Reparatur. Aber das ist gut. Hä? Leute. Du willst mich fressen. Nix da. Ja. Du hast einen Ausgangsschüssel. Perfekt. Und tschüss. Wir verschwinden von hier. Auf jeden Fall. Und ich höre schon wieder. Und ich höre schon wieder. einen Kanonenwagen. Und noch eine Weltkunde steht da. Okay. Und jetzt laufe ich genau in die Kugeln hinein. Das ist natürlich echt schlau. Trolley ist der. Der wartet auch, ne? Oh, oh. So. Das wäre jetzt gut, wenn du den Ausgangsschüssel hättest. Das wäre ja zu einfach. Okay. Und du bist so. Ja, bei denen hätte ich schon gerne immer den Stärke-Trank dabei. Weil der wirklich unheimlich viel Damage rausdrückt. Und der hält leider auch viel aus. Kälte ist das Einzige, was ihn... Ich glaube, Kälte macht ihm... Moment. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Kälte macht ihm nicht so viel Damage, ne? Als man hier ausguckt... Ah, Moment. Was ist da noch? 29. Hier. Mit Element. Von hier aus. Ohne Element. Wesentlich stärker. Okay. Das heißt, die Fische sind ohne Elemente. Glaub ich irgendwie ein bisschen näher rankommen. So, dass ich ein bisschen mehr Damage drausfunden kann. Okay, fängst du dich zu bewegen. Ich hätte da gerade eine gute Stelle gehabt. 130 mal 19. Das ist gut. Du kannst dich zwar bewegen, aber... Ich werde dich trotzdem killen. Das meine ich. Das kann schon laut sein, ja. Aber ich hoffe mal, ich habe es jetzt gut hingebekommen. Für die letzten... Äh... Aufnahmen. Es soll... Wenn es gut läuft, sind es ja nur noch zwei. Für die Woche bis 90. Und dann... Bis Endboss. Oh, kein Ausgangsschüssel. Wäääh, Mimik. Warte mal. Was hat denn da Fische? Warte mal. Bei dem wollte ich Element benutzen. Wenn wir jetzt auf das Feuer... Warte mal, ich habe ein wesentlich mehr Damage. Okay. Hast du vielleicht ein... Out. Okay. Mein bestes Hund ist weg. Ich hätte gerne diese Zappel und diese Viecher, die man da... Äh, diese Wildsäue. Die haben bestes Hund gedroppt. Nein, du hast den Ausgangsschüssel nicht. Es wäre zu... Zu leicht gewesen. Okay, wir haben Mimik. Wir haben... Gammon wieder. Da haben wir den Schlüssel. Okay, ähm... Du bist dummer, also machen wir... Nee, nee, nee. Feuer ist gut. Feuer ist gut. Wow. Hast du mich verstanden? So, ich muss mal kurz meine Waffe reparieren. Kleinen Moment, bitte. Zack, zack, zack. Aber abzublocken. Das kriegt eh nichts. Hast du vielleicht einen Schlüssel bei dir? Nein. Schade. Das könnte eine Mimik sein, die den Schlüssel hat. Eventuell. So, Zauberkristall. Es wäre schön, wenn er blinken würde. So wie in Dark Chronicle. Wenn man da irgendwas eingesammelt hat. Dann sieht man ganz genau, wo der Ausgangsschlüssel ist. Oder wer den hat. Nee, hier blinkt niemand. Das ist natürlich schlecht. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, noch schneller zu sein. Mal was einfach nur Glück haben. So, wir können uns da wieder heilen. Das ist gut. Gehen wir mal. Haben wir zwei davon? Ich glaube, ja. Ja. Ja, das sind zwei Stück. Ist okay. Die, die finde ich okay. Also die, die Draftat. Also, welches Element wird, fehlt noch. Wir hatten Eis. Wir hatten Donner. Wir hatten Wind. Wir hatten Feuer. Das heißt, Heilig kommt noch. Also auf die... Und Heilig hat eine Schwäche. Das werden wir dann herausfinden. Gleich Heilig, Heilig. Das kann man ja nicht sagen. Hast du einen Schlüssel? Nein. Gibt es mir einen Windstein? Wow. Blitzstein. Okay. Oh nein, nicht du. Nicht du. Okay. Einmal kann ich ran. Ich glaube, so. Ja. 129. Das ist jetzt das Maximum. 130. Ah, hier haben wir zwei. Ich gehe gleich mal trotzdem zu den Einzelnen. Der da hinten steht. Das könnte vielleicht der Ausgangsschüssel sein. Ja. 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 Ja komm. Du hast so viel Leben, Dude. Meilige Macaroni. Oder du hast eine Schlüssel. Danke. Und tschüss. Perfekt. Eben hat es mal ein bisschen länger gedauert. Das müssen wir jetzt davor. Aber drei Ebenen für den Part ist doch gut.